Was geht, mein lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A Way Out. Wir steigen erst mal direkt in die Action ein. Polizisten. Oh, shit. Oh, shit. Get out, my dude. Cops. Was für eine Frau, dass die ihm dabei hilft. Krass. Ich meine, die sind ja beide auch im Waisenhaus. Auch im Abkommen. Von daher. Was möchtest du? Geht, wenn wir dir ein paar Fragen stellen? Ja, ich gehe. Ich bin hier ziemlich beschäftigt. Ma'am? Dein Freundin ist aus der Prisad. Stopp, mich Ma'am. Okay? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Hör, wenn er dich mit dir versucht hat, lass uns das wissen. Ja, sicher. Ganz nebenbei, Freunde. Wir haben damit stehen geblieben in der letzten Folge, dass wir eine andere Familie zusammengebracht haben. Was uns glücklicherweise passiert ist. Diesmal sind wir uns auf der Spur von der Familie von Leo. Mal gucken, ob uns das denn heute mal gelingt. Wir sollten jetzt gut sein. Ja, stimmt. Wo er jetzt weiß, dass der Vater eigentlich so ein Gefängnisinsasser war, hat er in der Zeitung gesehen. Also, wenn ich mich jetzt an seine Stelle versetze, dann... Ich weiß nicht. Schwierig. Du denkst, dein Vater ist halt für sechs Monate in Italien gewesen. Hey, Alex, schau, wer ist hier? Alex! Ah, guck mal. Da... Ja, so ganz fröhlich. Hey, buddy. Also, dann. Wir haben ihn. Das war ein bisschen. Ich bin ein bisschen schief. Du hast es gesehen? Ja, er hat es in den Büchern gesehen. Oh, sch. Was für eine Frau, Alter, wirklich? Hammer! Wenn du dich jetzt also mit Alex unterhältst, was mache ich dann? Du gehst erstmal rüber zu Alex und ich rede dann mit deiner wunderschönen Frau Linda. Hi da Linda, do you want me to help? Hey. 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 That's a really nice bike. Weißt du was? Das ist das Richtige. Wir hören uns erstmal nur das an. Erstmal bisschen Wind. Du musst immer alles ausprobieren. Hey, Alex. Bleib mir alleine. Ja, ich mache das. Grab mir einen Wunsch von der Schraube, bitte. Das waren glücklicher Zeiten. Feierwerfen? Das machen wir gleich auch. Ich zieh dich ab. Oh, das ist immer noch so umständlich mit den ganzen Buchstaben auf der ganzen Schraube. Hier geht's. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Und dann sind sowieso die Bakаны auf der Schraube, dass ihr da nicht habt. Warum muss ich das halten? Warum muss ich das halten? Ich glaube, ich kann alles halten. Und? Das ist das denn? Ne? ach guck mal ich muss tatsächlich drücken ja aber warum? ich hab keine Ahnung was? ich hab keine Ahnung ich glaub das war's damit nein warum sollst ich das einfach besser machen? das macht ja echt keinen Sinn zum Baum rausgehen ok ich steh jetzt auf hä? okay das ist bestimmt auch so ein ach geil endlich mal zielen kannst du reinzoomen? mit L2 wenn ich nicht da bin was ist die höchste Punktzahl bei Dart? weiß ich nicht 20 triple 20 ach so 60 und die Mitte ist 50 deswegen will ich nicht in die Mitte werfen du musst surfen weißt du ne? I know ich kann nicht werfen L2 der kann nicht guck mal der wirft nicht warum nicht? du bist im Weg oder so ach guck mal du vollidiot kiki 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 bullseye nicht so schlecht nicht so schlecht nicht so schlecht mein Typ geh mal weg ja sorry wow beautiful wirklich? du hast gerade triple 20 getroffen zu hoch 20 ich glaub damit kannst du nehmen oder? beim ersten mal direkt machs besser ich mach es mal ich werde dir versuchen machs doch machs doch ach geht nicht sorry witzel 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 Ich würde sie eh nicht mehr toppen können. Kannst du bitte aus meinem Weg gehen? Ah, die Hölle mit diesem. Tja, wer hat gewonnen? Ich muss jetzt zum Baumhaus. Schade, dass ich dich nicht abwerfen kann. Weil ich das so gerne tue. Ich übe ihn ein bisschen mehr. Ah, das war okay. Komm mal, buddy. Komm mal, schau mich auf. Alex! Hey! Ich glaube, ein Baum wird jetzt nicht für dich anbrennen. Boah, Bullseye. Bullseye ist ein Vater, ich hab ihn getroffen. Was ist das? Boah! Hey, schau, dein Signum ist gebrochen. Wieso kommst du runter und helf mir das fixen? Nein? Okay. Nehmt, ich werde es für dich fixen. Ah, wir sehen. Ich trinke mal ein Bierchen. Ich trinke mal ein Bierchen. Ich trinke mal ein Bierchen, ein Bierchen. Ich trinke mal ein Bierchen, ein Bierchen. Da ist so ein Hammer. Witzigerweise steht direkt einer um die Ecke. Ich bin gespannt, wie viel ich von ihm trinken kann. Und ob du betrunken kannst davon. Ich glaube nicht. Da kommt der Junge. Da kommt der Junge. Alex, du sollst nach unten sehen. Und weg bist du. Nein, es ist gut. Das ist wichtig. Es ist gut für einen Alkaufab. Es ist gut für unsere Zukunft. Ich liebe dich, Freunde. Ich liebe dich, Freunde. Ich liebe dich sehr. Nein, darauf gebe ich den. Willst du etwas Basketball spielen? Natürlich. Aber du wirst, ich bin besser als du am Basketball, oder? Nein, du bist nicht. Äh, ja, ich bin. Was soll die Bewegung sein? Das könnte Spaß sein, aber vielleicht sollten wir gehen. Oh, komm mal, nur ein Spiel? Komm mal, Vincent. Okay, Leute, ein Spiel. Get ready to lose, Junge. Ich werde gewinnen. Ah, du weißt, ich werde gewinnen. Bestimmt, oder? Was machen wir zu dritt? Sind Sie bereit? Oh, wir sind bereit. Los geht's. Okay. Wir beide gegen ihn. Nein, wir spielen einfach nur alle so ein bisschen. Ja, wir spielen alle so miteinander irgendwie. Wohin? Dein kleiner Sohn hat keine Ahnung vom Werfen. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Warum kann ich das? Warum kann ich da keinen Kopf werfen? Ich will den Kopf werfen. Gib mir. Was will den Kopf werfen? Oder gib ihm mal. Ich weiß, ich kann doch nicht mehr passen. Doch, mit Kreis. Nein. Ich hab einfach gedrückt von vorhin. Ich sag Kreis bei deinem Xbox. Mach doch rein, Junge. Du bist doch genau davor. Nice. Hier, er soll mal reinmachen. Ja, schön. Er soll mal reinmachen jetzt. Ja, er wird den nicht machen. Doch, mach der jetzt. Ja, ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. So, mach mal ein kleines Glück. Du bist gut, Alex. Sehr gut. Du denkst? Ja, du solltest du eine Probe werden. Oh, guck mal, da ist die Mom wieder. Ich werde gleich zurück. So, Linda, was ist mit dir? Du bist ein natürlicher Talent. Du bist viel besser als wir. Ich werde die Frau. Hey, schön. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right. We are. But I need to get going soon. Yeah, I know. I'm just happy to see him smile again. Yeah. I hate you. Come on. Let's talk. What's up? So? Is he home now? Not for long. If the cops found us, then Harvey could too. We gotta get moving. Boom! You know what? Let's just leave. Let's get out of here. Let's get out of here. And you really think Harvey will leave us alone? That murdering bastard. How the fuck could I trust him? It is what it is. This is the life we chose, Leo. Alex. Here we go. Let's just deal with it. Yeah. I'm gonna set things right. I'm going after Harvey. He's not gonna get away with this. He's not gonna get away with us, but he's not gonna get away with us. Oh, he's not gonna get away with us. He's not gonna get away with us. What's that? What do you want with that? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey is hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site down to town. Good. Good. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Nein. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. By the way, do you still have that piece? I do. Wait. Da hast du deine Knarren-Action. Dann kriegst du deine Knarren, ey. Here you go. Ist das ein Revolver gewesen? Das musst du sehen. Nein. Nein. Ich liebe dich. Das hat sich aber so angehört. Ich liebe dich auch. Das hat sich aber echt wie ein Revolver angehört. Nein, 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 nein. Genau. Uns fehlt jetzt einfach die Action. Did you see my shots? Yeah. You were really good. Like I said, you're a real pro. You think? Nice going, buddy. Look. I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now, alright? Can we play one more game? Next time, I promise. Now come on, give me a hug. Alright, buddy. Go to your mom now. Okay. Ray. Ja, ebenso. Sicher, dieser Ray-Guy wird uns Harveys Location geben. Er ist besser. Was, wenn er nicht? Du wirst. Vertraue mir. Hier. Witzigerweise ist er nicht so. Hey, 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 hey. Woher d'you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Bluff, right? I would say that we're going to bluff. Oh, and if we're going to. Yeah. Oh, yeah? And you're going to stop me? You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is it with you guys? Just keep calm and calm and calm and calm and... That's how we keep you honest. That's right. You're right. That's right. I'm sorry. You're right. I'm sorry, but I hope you're building the code, man. Yeah, I'm sorry. Inspections. How many of these guys are they gonna send? Okay, now we're going to send. Ray. Ray Charles. Nice job. I wish I could say the same. I wish I could say the same. If I had done the talking. Leo. Always cocky. I can't help with it. I've been like this since I was a kid. Yeah, right. I bet you were just a sweet little boy. What are you talking about? Relax tough guy. Are you being sarcastic? Me? Nah. I'm just keeping you on. Keeping me honest about what? Was macht man wohl da drin? You being a nice little boy. Hey. Hey boy. Can I talk to you? Bro, can I talk to you right? Quick. Sorry. Can I ask you a question? Can't you see I'm busy here? Shut up. Do you know where your foreman is? Yeah, of course I do. So can you tell me? Uh, like I said, I'm busy here. Ach so, do you know? No, no. This is an unzinger. That's what it is. That's what it is. That's what it is. Can you talk to him? So what's your job here? Oh, I lift heavy shit, man. Until my back breaks. Sounds easy enough. You're telling me. I'm looking for someone. Oh yeah? Me too. My damn doctor. To fix my back. I can't help you with that. Well. Then I can't help you either. Hello? Hello? Oh dang it, it's not working. Funktioniert nicht. Hat bei dir aber etwas raus? Ne, ich hab glaube ich die falsche Frage gestellt. Frag du ihn mal. Wenn das geht. Okay. Frag ihn mal nicht jemanden, sondern Vorarbeiter. Over. Hey. I'm looking for your boss. So am I. But this piece of shit don't work. God damn. Wait. Ich hab. Ach so. Du kannst was ich tun, wenn Dinge nicht funktionieren. Ja? Was ist das? Händ es über. Okay. Hier du gehst. Try ihn jetzt. Hallo? Anybody? Over? Wir sind noch nicht. Too late. Wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter. Na schade. Ich dachte man könnte echt irgendeine Infos aus dem rausquetschen. Arm dritten. Komm her. Arm dritten. Komm her. Arm dritten. Hey there. Willst du Abba go? Not enough. Alright. Let's see what you can do. Come on, come on, come on. You're about to go down, my friend. Three. Drei. One. Get out of my way, dude. Get out. Dig them down. Dig them down. Junge auf. Nicht hinlegen. Nicht den Controller hinlegen. Das ist doch Fäden. Oh ja, sagst du mal. Come on. Junge. Ich hab mir jetzt auch mit Zeigefinger. Da kannst du mich mal. Jetzt reicht's mir. Ah du. Ja man, Alter. Warte noch einmal. Ich kann nicht mehr machen. Das kann ja nicht. Wahr sein. Komm her. Willst du nochmal? Ja klar. Ey, hau ab. Wir sind mal hin. Hey there. Sollen wir nur diesmal direkt hinlegen oder gar nicht hinlegen? Nicht hinlegen. Aber wir können es auch beide hinlegen. Ja okay. Wir können so beide machen. Okay. Alright. Let's see what you can do. Zeigefinger? Ja, wie du möchtest. Wie ist dir am stärksten gelingt. Du kommst runter, mein Freund. Let's do this. 3, 2, 1. Come on, come on, come on. Das wäre so witzig. Wir werden auf einmal eine andere Taste so gebracht. Für Zustand X. Ja man. Wir drücken die ganze Zeit so falsch hin. Ich glaube du warst so schnell als ich. Ich bin rot wie eine Tomate, Alter. Ich bin rot wie eine Tomate, Alter. Ich bin rot wie eine Tomate. Come on, come on, come on. Hör doch auf. Gib doch einfach auf, Alter. Ich kann nicht mehr die ganze Zeit lachen. Hör doch auf, Alter. Hör doch auf. Hör doch auf. Ich kann nicht mehr die ganze Zeit lachen. Ich versuche es nun. Hey Junge ich drücke doch viel mehr als du. Ich kann es nicht mehr. Hab ich gewonnen? Komm schon, hör doch auf. Hör doch auf, Alter... Nicht genug. Ich kann echt nicht mehr, meine Haupt. Ich kann nicht mehr. Hör doch auf, Alter. Hör doch auf! 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 Lass uns in 24 und 20 Stunden lang! Ich schaff das, ich gewinne! Ich kann das nicht aufgeben, weil du willst 1-1 stehen! Komm schon, Vincent! Ich kann nicht mehr! Komm schon, Vincent! 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 Ey, ich kann nicht mehr drauf, Mann! Mein Finger tut mir weh! Ey, ich war so close, Mann! Ich war so close! MMMM! Hey! Fuck! Vincent! Das ist so dumm, eigentlich! Die Folge wird nur daraus bestehen! Not enough! Mann, hört die ganze Zeit so schnackern, Alter! Hör auf! Hör auf! Ich will nicht einfach so aufgeben! Ich auch nicht, Junge! Ich kann einfach nicht weiter! Ich kann einfach nicht weiter! Ich kann nicht mehr! Hör doch auf, bitte auf! Ich kann nicht mehr! Hör auf! Ich will nicht gewinnen, Junge! Was soll das? Gib einfach auf! Gib einfach auf! Ey, gib doch einfach auf! Das geht viel zu lang, Alter! Gib doch einfach auf! Hab ich dir noch gesagt, gib einfach auf! Mann, ich kenn nicht mehr! Ey, wir sind so billig, Alter! Ich werde mein Controller kaputt machen dafür! Weißt du was? Ich gebe auf! Ich hätte das erste Spiel gehabt! Ich hätte das erste Spiel gehabt! BOOM! Guck mir mal, wie ein rot ich bin! Ich bin so rot wie eine Tomate, Mann! Ich nicht! Ich bin ganz entspannt, weiter geht's! Ja, ich bin voll am schützen! Boah, ich muss kurz ab, Mann! War doch ganz entspannt! Ja, ganz entspannt! Was du nicht sagst! Guck, guck! Komm, wir sind in einer Vision statt, ich muss ab! Hey, du weißt, wer dein Boss ist? Da ist dein Boss! Ich weiß nicht! Ich hab den ganzen Tag gesehen! Ne, das ist nicht! Wie ist denn da oben da oben? Weißt du, wer da oben ist? Wer in der Hölle bist du? Hehe! Kein Problem! Er ist einfach Angst! Warte! Ja, ich dachte auch! Warte! 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 Der hat Angst vor Höhen! Ja, es ist! Ich lasse euch zwei Lovebirds, das auf deinem Leben zu arbeiten! Ja! Zurück! Unter dir! Ich weiß, aber ich hab nur geguckt! Hey, Leo! Hey, Leo! Over here, Leo! Komm jetzt! Ich kann doch nichts mehr machen! Es geht automatisch! Was ist das? Was zur Hölle schaue ich mich an? Dipschick! Kannst du das erklären? Ja, es sieht aus, wie du es sagst! Es sind zwei hier! Ich habe dir gesagt, es sollte vier! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Was bist du? Du bist so dumm? Ich glaube, du bist so dumm! Du bist so dumm! Du bist so dumm! Du bist so dumm! Hey! Das ist der Typ! Ja, ich sehe dich! Ich bin sicher, dass wir uns entschieden haben! Geh nach Hause! Aber Sir! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Warte! Ah, das liebe ich an diesem Slitscreen! Genau das ist es! Dass man zwei verschiedene Wege gehen kann, das ist so geil! Da ist er! Da ist er! Ich habe auf A gedrückt! Du solltest aber nicht auf A gedrückt! Doch! Okay! Ich drücke immer auf X! Ich habe davon noch gewonnen! Ich bin zu großartig! 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 Bis zum Ersten, der Zinn trifft! Ah, der ist direkt vorne, als hätte ich ihn. Ach du Scheiße, schon wieder tippen, als hätte ich nicht genug davon. Ich glaube, ich habe meine Viereck-Taste kaputt gemacht. Was ist das für eine riesen Baustelle, bitte? Ich bin drauf und jetzt? Ich bin hier drauf. Ist der oben oder was? Ist der weg? Okay. Ja, der ist hinter den Rübersprungen. Und die sind wieder zusammen. Woher geht er? Ich werde ihn töten. Hey, relax. Kein Nehmen Sie das jetzt benutzen, okay? Warum die hell nicht? Lass uns fokussieren, ihn zuerst finden. Alles klar. Lass uns gehen. Er hat sich wohl irgendwo gesteckt jetzt. Okay, du kannst da anklagen und ich gehe hier hoch. Okay. Das ist der selbe Weg. Du musst nicht hoch. Du kannst nicht hoch. Wir müssen beide von ihm. Komm her. Ich hätte gedacht, hier wäre jetzt noch irgendwas anderes. Nein. Ja, dann Bullshit. Komm her. Komm her, Boy. Komm her, Boy. Komm her, Boy. Ich finde es halt immer cool, dass wir uns aufteilen können. Beweg dich. Ja, sorry. Wie das aussieht bei dir. Guck mal, wie tief das ist. Boah. Ich überlege mir, wie ich stürze. Oh, shit. Jetzt geht sie richtig ab. Ha, jetzt geht sie richtig ab. Wollt ihr mich? Diese verdammte Hütte wieder? Wollt ihr weiter gehen, oder wir werden sie verlieren. Ja, ja, ja. Ray, du bist ein totes Mann. Schauen wir mal. Er ist wahrscheinlich hier irgendwo schützt. Da ist er drin. In den Toiletten wäre ich. Ich hab Ray gefunden. Wieso schließt du dich ab, du Vollidiot? Da ist er drin. Ja, mal wieder. Hey, er ist hier. Er hat abgeschlossen, oder? Ich bin doch da. Drei, zwei, eins. Wie sollen wir jetzt hochkommen? Er nimmt gleich für mich. Echt, Leo. Du hast einen verdammten Scheiß. Ich werde dich töten. Kran. Hey, Vincent. Ja. Einer auf den Kran, und einer steuert ihn. Ja, okay. Ich geh zum Kran. Dann kannst du ihn verfolgen. Nein, du sollst ihn verfolgen. Du musst auf das... Dann pick me up. Oder wie soll das klappen? Bring ihn hier. Okay, ich hab ihn. Wieso geht's nicht? All the way down, Vincent. All the way. Dann nach oben und rechts. Scheiße, Alter. Wie groß ist diese Baustelle, bitte? Weiter. Es geht nicht weiter nach oben. Nein, nach rechts. Nein, ich kann nicht weiter nach rechts. Nein, ich kann nicht weiter nach rechts. Doch, musst du. Höher, mach höher. Und dann nach rechts. Geht er nicht? Hä? Let's go, let's go! Junge, Junge. Oh, okay. Es ging ihm nicht. Hinter ihm. Hinter ihm. Hinter ihm. Wir gucken ihn an. Was ist so offen? Ich bin der Meister da. Schöne ich den Kran oder nicht? Das Print, das Print. Oh, 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 oh. Das Print, das Print. Ich starte einfach den Kragen jetzt Alter, dann schmeiße ich den Tiefen da runter. Ich finde das richtig cool wie ich jetzt einfach den Felsen unterreite. Da ist er. Ich glaube ich hinkriegen, siehst du mich voll mal ja ne? Ich seh dich jetzt ja. Er ist auf dem Container, genau. Jetzt musst du da drauf springen, spring spring spring. Ja chill mal, gut chill. Sehr geil. Good afternoon Mrs. Rain. Junge er hat dich runtergeschmissen. Ich hab das nicht gesehen, ich hab, ich hab, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, in welcher Kast es ist. Oh das ist so close. Das ist ne Ux. Das ist ne Ux. Ich hab nichts gemacht, das wäre alleine. Alter, alter. Ich zerstöre diese ganze Baustelle, wenn das so weiter geht. Da ist er. Ich bin unter den Kissen getrappt, man. Jetzt gehts. Wo ist der Penner hin? Da ist er, da ist er. Okay. Wieso nicht? Alter. Wir sind beide grün. Geile, geile Kamera jetzt, ne? Richtig cool. Erinnert mich an San Andreas damals, Multiplayer-Lokal, aber krass. Los, hol ihn dir! Wir haben ihn geholt. So einfach geht das. Wer ist diese Ray? Wer ist diese Ray? Sag mal bitte, ja. Oh, der hängt jetzt. Der hängt jetzt bestimmt über, über... Ja, um ihn zu drohen, damit er sagt, was wir hören. Oh, zu lame. Zu lame. So. You gonna tell me where Harvey is? Fuck you. I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Okay. Oh, look at this. Whoa. A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it in for me. A grosser Schnautzender Typ. Hey Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. Ah. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. I've got a few ideas. And you too. I hope we can do something here too. Yeah, let's see if you're talking about them. Yeah, let's see if you're talking about them. Lampe. Geldb... Oh, Geldbörse. I bet there's something valuable in here. I bet there's something valuable in here. A Nagelpistole. What do I do with the Geldbörse, please? Should I do at the beginning? Or what? Yeah. This is your wallet, right? Yeah. Oh, look. What do we got here? Your car keys. Yeah, so? Try driving it now, huh? I still ain't talking, jackass. I got a spare at home. Ah, shit. Jetzt mach du mal. Also, wenn's dann da mach. No more Mr. Nice Guy. Ich würd gern so... Zähne rausziehen und sowas alles. Stopp it! You're gonna break my arm! You better start talking then. Ah! Ah! My arm, man! Next time... I will... Ich glaub, wir müssen alles ausprobieren. Und am Ende... Das ist halt so geregelt, dass eins auf jeden Fall in Klappen kommt. Yeah, kann sein. Boah, ey! Schweißbrenner Nagelpistole. Mhm. Mhm. Wenn die beiden Sachen nicht was bringen, dann weiß ich auch nicht. Ich hab nicht falsch gedacht. Ich hab nicht falsch gedacht. Get up, Mikal! Woah! Du! Come on! Start talking! I said start talking! Come on! I ain't saying shit! Fuck you, goddammit! Okay, du musst eine Nagelpistole holen. Der liegt direkt gegenüber dir. Der liegt direkt gegenüber dir. Der liegt direkt gegenüber dir. Der liegt auch noch. Nein, der hat ja auch noch. Jetzt nehm ich die Waffe, wenn das nicht klappt. You're gonna talk or what? I ain't saying shit! Yeah? How about this? Oh! Haha, geil! You like this? Oh! Alright, guys. Alright. Alright. I'll tell you what you want. Yeah? Start talking then. Alright, alright. Calm down, man. Calm down. Somewhere in Mexico. I don't know where exactly, but he's in Mexico. He has to go to Mexico. He has to go to Mexico. I swear. So that's where the rat is hiding. Yeah. That's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. Alright, alright. Calm down, man. See you later. Hey! Let's go. Guys! Where are you going? Don't leave me here. You're crazy. Untie me. Guys! Come back! Cool. Sehr, 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 sehr nice. Und? We're heading down to Mexico then. Yeah. We're gonna need bigger guns than this. That's probably a good idea. What are you doing? What does it look like? Wait. Step aside. What do you do? What are you doing now? With the wire, take that thing up? Where are you going to go? How can he do that? Where are you going to go from? Why do you go from the bank? Why? I have a contact contact that might fly us out of Mexico. Was könnte das sein? Das ist gut. Ich habe eine Idee, wie diese Klamotten zu bekommen. Die hatten aber auf jeden Fall andere Klamotten. Wir können jetzt nicht riskieren, eine Bank zu holen. Es gibt viel einfacher Pläne, die Banken zu holen. Wie was? Das kann man einfach holen, wenn es eine Bank im Kiosk ist? Ja, oder Tankstellen oder sowas. Der Kiosk ist schon ein bisschen schwierig, oder? Tankstellen. Sieht ganz danach aus. Also es ging schon grad ab. Gas. Sie fanden die letzte Kameraperspektive vor. Sie waren besser. Ich gehe nicht nach den Arvi, wir haben nur einen Händen. Ja, naja... Ich glaube, es gibt nur einen Weg, um herauszufinden. Okay, dann. Du bereit? Ja. Warum nicht du mir die Schraube holen? Was meinst du? Schau. Wir müssen einen hohen Profil halten. Das ist nicht wirklich deine Sache. Ich sage, wir machen das den besten Weg, Mann. Nur in und aus. Ich sage, wir machen das den einfachsten Weg. Wir machen das nicht eine Szene. Das ist immer so eine Sache, guck mal. Leo ist so einer, der ist so ein Draufgänger, der will immer alles aggressiv und so machen. Und Vincent scheint eher der Kluge zu sein, ne? Aber die ganze Zeit alles auf Wincents Art zu machen, ich weiß nicht. Wann haben wir dann alles auf Wincents Art gemacht? Ich weiß nur, dass wir die Pferde, die Pferde haben wir auf Wincents Art gemacht. Dass wir mit dem Polizeiwagen über die Brücke gefahren sind, das war Leos Entscheide. Das war das einzige von Leo. Und danach, was gab es da noch von? Jetzt gerade mit dem Bluffen oder Dingens. Ja, da waren wir beide aber für Bluffen. Ja, ja. Und hier bin ich auch für Vincent. Deshalb denke ich nur die ganze Zeit, wenn wir alles für Vincents Art machen. Ich weiß nicht, ob das was an dem Spielfluss endet. Weißt du was ich meine? Aber wir können auch gerne hier wieder Vincent machen. Ich finde das schlauer. Wir bleiben bei Leo. Nein, wir machen das schlauer. Wir bleiben bei Leo. Ich finde es aber schlauer. Wir bleiben bei Leo. Das ist dumm von dir. Ja. Nein, wir machen jetzt Vincent. Wir bleiben bei Leo. Vielleicht kommt später noch eine gute Entscheidung von Leo. Aber bis jetzt war alles dumm von ihm. Okay. Außer das eigene, das fand ich gut. Wir bleiben. Genau. Aber ich würde sagen, wenn wir uns hier nochmal bewegen können und keine Cutscene kommt. Machen wir das in der nächsten Folge. Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen. Ja. Okay, Freunde. Hier kommt nochmal ganz schnell ein Cut. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wünsche, Anregungen, alles was auch immer unten in die Kommentarbox. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, wir kissen eure Augen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 ến Vielen Dank.